Die nächste Neunziger-Party. Diesen Samsurf in eurem Ludwig. Das ist 1996, meine Freundin ist weg und bräunt sich in der Südsee. Allein? Ja, mein Budget war klein. Na fein. Herein? Willkommen im Fall. Ich wette, heute machen wir erneute fette Bräute treffen. Heute Bräute, hola, da nette Leute, warum dauern's grauen?